Musik Mein Name ist Christoph Kistner. Gemeinsam mit meiner Frau Gigi Braun betreibe ich hier die größte deutsche Straußenfarm in Rülsheim. Das ist auch gleichzeitig der größte Zuchtbetrieb für Strauße in Europa. Bei uns gibt es viele Tiere zu sehen, logischerweise. Wir haben 80 bis 100 erwachsene Strauße und die produzieren so über das Jahr 1000, 1500 kleine Küken. Wir hier haben eigentlich Strauße von allen Altersklassen. Dann gibt es eine ganze Menge mehr andere Dinge zu sehen. Wir haben hier Palmen, wir haben Bananen, viele exotische Pflanzen, die einfach auch zu unseren Tieren passen. Und wir haben viele Dinge, die zum Thema Strauß gehören, also Straußenfleisch, Straußenlederwaren und alles, was rund um den Strauß eben an Produkten verfügbar ist, was wir da von unseren Tieren bekommen. Viel Kunsthandwerk und man kann natürlich auch die Produkte probieren, Straußenfleisch in unserem Restaurant. Raum für Sinne und Seele hier in Rülsheim, die Straußenfarmung.